Verheerende Auswirkungen werden die steigernden Energiepreise auch in Italien haben, warnen Experten. Unter Berufung auf einen Artikel spricht Christian Kern in einem neuen Tweet von 120.000 Betrieben und 370.000 Arbeitsplätzen, die in Österreichs südlichen Nachbarland vor dem Aus stehen, sollte nicht umgehend das Problem der hohen Energiepreise gelöst werden. Vor allem die Gastronomie und Klein- und Mittelbetriebe sind betroffen und das bleibt kein Einzelfall in Europa, wenn es nicht sehr bald zu einer Lösung kommt. Christian Kern warnt seit Juni von einem Tsunami, der mit der Energiekrise auf Europa zurollt. Er fordert vor allem Eingriffe in die Preisbildung. Ende August legt er nochmal nach. Jetzt noch zu glauben, man kann ohne massive Eingriffe in den Energiemarkt weitermachen, ist so, als ob die Titanic nach Kollision mit dem Eisberg das Reiseziel von New York nach Rio ändert. Auch die EU-Kommission habe sechs Monate gebraucht, um das zu erkennen und dadurch wertvolle Zeit verloren. Die Implosion des Energiemarktes ist mit Anlauf passiert. Kernsäußerungen haben öffentlich viel Beachtung geerntet. Der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Chef versichert aber mit Nachdruck, nicht an eine Rückkehr in die Politik zu denken. Immerhin berät er aber mittlerweile SPÖ-Bundesobfrau Pamela Rendi-Wagner. Tatsächlich ist die Lage ernst für Österreich und für ganz Europa. Die massive Teuerungswelle bei Strom-, Heiz- und Treibstoffpreisen, die dem Kontinent im kommenden Jahr bevorstehen dürfte, kann keine Volkswirtschaft überleben. Sollten sich die jetzigen Trends an den Börsen verfestigen, dürften die Energiekosten allein in Österreich auf 90 bis 100 Milliarden Euro. Das sind ohne Gebühren und Steuern steigen. Vor der Krise waren es noch 14 Milliarden.